Home Run, das ist die Plattform für Newcomer. Wir zeigen euch die Zukunft der deutschen Musiklandschaft schon heute. Das Battle bestreiten die Band Venom is Bliss gegen Matteo Caprioli. Mit 62% haben gewonnen Venom is Bliss! Wer wird den nächsten Home Run rocken? Home Run, die Plattform für Newcomer-Bands. Immer freitags, 17.30 Uhr bei Joyce.